Einen wundervollen guten Tag zusammen, willkommen zurück zu Kotlin. Heute wollen wir uns mit Nested und Inner Classes beschäftigen. Und es gibt beides, es gibt Nested Classes, es gibt aber auch Inner Classes. Und ja, im Endeffekt, Nested Classes sind eigentlich sehr, sehr simpel, deswegen fangen wir mit denen mal an. Wir nennen jetzt mal einfach Out, ja, für Außen, oder Outside können wir sie auch nennen, wenn ihr wollt. Dann haben wir hier eine äußere Klasse und in dieser äußeren Klasse haben wir irgendwas komplett Private, ja. Das heißt, wir sagen hier, hier gibt es nichts drin, okay. So, Private, also hier kann nur wirklich diese Klasse drauf zugreifen, sonst niemand, außer eben dieser Klasse hier. Und hier drin sagen wir dann, wie nennen wir das Ganze, Foo, selbstverständlich, wie könnte es anders sein. Und das ist ein Int, der ist gleich 42, so, wie üblich. Und dann bauen wir uns eine Nested Klasse und das ist eine Klasse in einer Klasse im Endeffekt. Sonst ist da nichts drin, ihr könnt das ganze Ding behandeln wie eine stinknormale Klasse, die einfach in einer Klasse drin ist. Jetzt, warum sollte man das tun, fragt euch, vielleicht werden wir gleich machen, oder werden wir uns gleich drum kümmern. Da sagen wir natürlich, ist gleich 1337 dazu. So, und was wir jetzt hier machen können, ist folgendes. Wir können hier einfach sagen, wir wollen ein neues Outside-Objekt haben. Das heißt, wir sagen hier, weil Out ist gleich Outside. Selbstverständlich erstellen wir das Objekt. Und dann geben wir hier einfach mal ein Printline aus, und zwar Out.Nested. Ja, und dann sehen wir, hm, das funktioniert irgendwie nicht, ja. Ähm, wir können hier kein Nested-Objekt erstellen, das irgendwie das Outside noch dabei hat. Was wir allerdings machen können, ist, wir können sagen, Outside.Nested und dann eben Punkt Bar. Das geht. Und das ist der große, ähm, das große Umdenken zwischen Nested-Classes und Inner-Classes. Also, wir sehen hier, wir konnten jetzt auf dieses, ähm, auf diese Nested-Class zugreifen. Und jetzt wollen wir uns aber ganz kurz, also das, das könnt ihr natürlich auch erweitern, Konstruktor, alles drum und dran, ganz normale Klasse. Nur, dass diese Klasse eben in Outside drin steht, okay. Sonst ist das quasi nichts anderes. So, und jetzt wollen wir uns aber den Unterschied angucken zu Inner-Classes. Und dann wird, glaube ich, auch relativ schnell klar, was das eigentlich soll, ähm, Inner. So, und für innere Klassen müsst ihr hier dieses Schlüsselwort Inner vorne dran hängen, klein geschrieben. Und meine Klasse hier ist, äh, Inner ist groß geschrieben. Und dann sagen wir jetzt hier Inner und geben hier, ähm, eine Fun Bar ist gleich. Und jetzt, Achtung, jetzt wird es nämlich interessant, wir nehmen hier Foo. So, und das geht hier nämlich auch nicht. Hier können wir nicht auf Foo zugreifen. Wir können hier nicht sagen einfach, hey, ich möchte hier Foo zurückgeben. Das wird mir rot markiert. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Sondern hier kann man eben nur den Wert 1337 machen. So, und wenn wir jetzt hier mit dem Printline, ähm, auf dieses, auf diese innere Klasse zugreifen wollen, dann müssen wir das wie folgt machen. Wir müssen auf Out, Punkt, Inner zugreifen und dann dort Punkt Bar aufrufen. So, und wenn wir jetzt das ausführen, dann wird der Unterschied, oder dann kann ich euch den Unterschied sehr, sehr leicht erklären. Hier sehen wir einmal 42, das ist offensichtlich das Foo hier, das ist das Bar aus Inner, während das aus Nested, das gibt natürlich 1337 zurück. Der große Unterschied besteht allerdings hierin Outside und hier Out. Der Unterschied ist, Outside bezeichnet die Klasse. Das ist der Name der Klasse. Während Out ist eine Instanz dieser Klasse, okay? Und das ist der große Unterschied. Wir brauchen für Inner eine Instanz von der äußeren Klasse, um eben dieses Inner zu, ähm, zu koppeln mit dieser Instanz. Während Nested, Nested-Klassen sind einfach nur Klassen innerhalb von Klassen. Die sind völlig unabhängig von dem äußeren Objekt. Aber, und das ist ganz interessant, ähm, ich mache jetzt hier mal eine Sache und dann wird das, glaube ich, relativ schnell klar, wann man was benutzen muss. Wenn ich jetzt hier nämlich ein A vom Typ Int habe, und das Ding hier weise ich auf A zu, ja, und dann weisen wir hier unserem ersten A 42 zu und unserem zweiten A, äh, beziehungsweise unserem zweiten Outside weisen wir, ähm, 43 zu, ja. So, und jetzt benutzen wir mal hier Bar von Out und von Out 2. Und das ist der große Unterschied. Einmal haben wir hier bei Bar, bei Out 1 42, weil natürlich das A hier 42 ist und wir im Endeffekt nur das A ausgeben. Bei 43, das ist Out 2, da haben wir dann offensichtlich ein anderes A und somit ändert sich auch das Fu und somit ändert sich auch die komplette innere Klasse. Klasse, die Nested Class ist unabhängig von der Instanz der äußeren Klasse. Die Nested Class braucht keine Instanz, um irgendwie was zu tun. Während die innere Klasse, diese hier, die ist immer abhängig von der Instanz der äußeren Klasse. So, jetzt wann benutze ich was? Das ist jetzt wahrscheinlich ein kleiner Mindfuck für euch gewesen, aber das ist, da müsst ihr leider durch, äh, tut mir leid. Aber, ähm, die Nested Klassen benutze ich einfach nur, wenn ich sozusagen, ähm, sinngemäß Dinge schachteln möchte. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel etwas habe, also zum Beispiel habe ich hier, ähm, denken wir hier zum Beispiel mal an euren PC, ja. Nehmen wir einfach mal an, ihr habt eine Klasse PC und die hat eine Klasse für Grafikkarte, die hat eine Klasse für Arbeitsspeicher, eine Klasse für CPU und so weiter und so fort. So, diese einzelnen Dinger, ja, die sind natürlich völlig unabhängig. Das sind quasi einfach nur PC-Komponenten, wenn ihr so wollt. Und die sind unabhängig von dem Äußeren, zumindest jetzt erstmal, wenn wir es einfach nur so quasi als PC-Komponenten sehen, ja. Aber, ähm, wenn ich jetzt hier mit der Innerklasse arbeite, dann wäre das, wie wenn der PC wirklich zusammengebaut ist, okay. Ähm, das heißt, ihr habt wirklich eine Abhängigkeit von diesem, von dem Komplettsystem, ja. Ihr könnt nicht die Grafikkarte einfach nur isoliert behandeln, wenn sie gerade am Laufen ist, wenn sie gerade Daten bekommt, dann ist das natürlich schon eine andere Grafikkarte, ähm, und von dem Äußeren sozusagen abhängig. Ähm, so kann man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen. In der Praxis wird das relativ selten verwendet. Ähm, ein Dings, was manche von euch vielleicht kennen, sind Listen. Die brauchen Iteratoren und Iteratoren sind normalerweise immer innere Klassen, weil die natürlich von der Liste abhängen. Das heißt, die merken sich, wo sind sie gerade, also auf welches Objekt zeigen sie gerade, zeigen sie auf Objekt 1 oder auf das erste Element der Liste, das zweite und so weiter und so fort. Und wenn man dann 1 weiter geht, dann ist das natürlich nur bei dieser Liste ist man 1 weiter gegangen, nicht insgesamt bei allen Objekten ist man 1 weiter gegangen. Während Nested Classes, die kommen zwar vor, aber man kriegt es normalerweise gar nicht mit, weil sie eben nur innerhalb der Klasse verwendet werden. Das heißt, Nested Klassen benutzt man, um eben innerhalb der Klasse Outside jetzt zum Beispiel Objekte von Nested zu erstellen, die wirklich nur in Outside verwendet werden. So ungefähr ist das. Okay, ja, und das ist eigentlich schon so ziemlich das Wichtigste und eigentlich auch alles, was ich euch heute zeigen möchte. Wichtig ist, dass ihr das Ganze jetzt ein bisschen übt. Ähm, da würde ich euch einfach mal ein kleines bisschen empfehlen, dran rumzuprobieren, was da eigentlich so der Unterschied ist. Und dann wird das auch relativ schnell klar, denke ich mal. Wenn ihr Fragen habt, wie immer gerne Fragen einfach und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.